Diese zu veräußernde vollständig renovierte 4-Zimmer-Doppelhaushälfte steht in Köln-Junkersdorf. Das im Jahr 1977 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 472 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 148 Quadratmetern. Das Haus steht für 715.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.